Probiert auf jeden Fall unterschiedliche Feldtypen aus. Nehmt euch eine Snare oder einen Tom und zieht mal wirklich ein klares, beschichtetes, einschichtiges oder doppelschichtiges Feld drauf. Dann nehmt euch zum Beispiel einen Zoom Recorder und zeichnet das Ganze auf. Dann könnt ihr ganz einfach für euch festhalten, wie klingt ein klares, wie klingt ein beschichtetes, wie klingt ein doppelschichtiges oder wie klingt ein einschichtiges Feld. Ihr könnt anhand dessen ganz klar sagen, das mag ich und das mag ich vielleicht eher nicht so. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr einen etwas kürzeren Klang haben wollt, zum Beispiel bei den Toms, dann legt beim Stimmen auf das Resofell mal ein bisschen Watte. Macht das Schlagfeld wieder drauf und ihr werdet sehen, die Toms klingen weniger nach. Ich persönlich mag das zum Beispiel sehr gerne. dem potato. Ich glaube vielleicht ein tha volley. Alter, bleibt das was genau da.